Herzlich Willkommen in den USA. Hier haben wir zwei Education Boxen für dich rund um das Thema Farbe. Auf der einen Seite unsere Basisfarbbox. Hier erhältst du alle Informationen zu Farblehre, Farbschemie, unser komplettes Farbportfolio, Farbrezepturen werden wir all das erarbeiten in Live-Webinaren, Mentor-Meetings, in unserer WhatsApp-Gruppe, 1&1-Coaching. Wir haben hier einen Monat, den wir für dich bereitstellen im kompletten fachlichen Support zum Thema Farbe. Herzlich Willkommen in unserer Basisfarbbox. Auf der anderen Seite haben wir unsere Blondbox. Ein Monat, alles zum Thema Blond. Freihandtechniken, Farbveredelung, Refining-Techniken und noch mehr. Alles zum Thema Blond in unserer Blondbox, in unserer Reise durch die USA.